Dein PC ist langsam geworden. Mit diesem Trick räumst du ihn schnell auf und er ist wieder schneller. Drücke dazu einfach die Windows-Taste plus A. Dann erscheint hier gleich das Feld, das 1-Kommando-Feld. Hier gibst du %temp% ein. Drücke hier jetzt auf OK. Und deine ganze temporäre Dateien erscheinen in diesem Feld. Nun drückst du STRG plus A für alles. Nun wird auch alles ausgewählt. Rechte Maustaste. Dann gehen wir hier auf Löschen. Nun werden alle Dateien gelöscht in deiner temporären Datei. Bis 2, die in meiner Dropbox sind, aber mit denen können wir gut leben. 99% abgeschlossen. So, 100. Die 2 sind übrig, die sind von meiner Dropbox und die bleiben dort auch. Nun hat dein temporärer Ordner wieder Platz und dein PC läuft schneller. So einfach ist das. Probier es aus. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020